ja nur und herzlich willkommen zurück zuletzt bledet der weins beck in action die leute die den letzten teil gesehen haben um die wissen worum sie geht die leute die erst eingeschaltet haben wir sind hier waffenlager auf vorkommen und das wird ja dementsprechend bewacht würde ich mal sagen dort ist okay wir haben außenrum mittlerweile alles die letzten verbleibenden gegner die ist hin ja auch hier aber die hintertür oder so wird auch nicht die hintertür die ist zu da kommen wir auch nicht rein und die kommen auch nicht raus weil ich schätze einfach mal die haben auch keinen Schlüssel glaub ich denke ich aber egal das macht nix wenn die mit rauskommen kommen wir halt rein und die konzentrieren sich voll auf den haupteingang und nicht auf das was da hinten ist also wenn ich an deren stelle wäre dann würde ich mich schon da drauf konzentrieren da wo die schüsse herkommen man wäre doch so irgendwie logisch ne und durch die tür schießen und so weiter funktioniert auch nicht mehr und aufs schloss schießen geht auch nicht mehr ja ne geht einfach nicht wir kommen ums verrecken nicht bei der tür rein dann warten wir mal ab und machen hier weiter theoretisch naja wobei nein ja leute warum geht ihr immer ja super jetzt haben sie auch noch gesehen oah jungs 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 pack mal das ding aus ne hm super jetzt will er nur jemand Junge so äh ok got something i do copy hm hm ok wir sind glaube ich in deckung wie viel diese paletten wirklich deckung bieten kann ich nicht sagen aber so so viel deckung bieten die also also wirklich so viel und warum bewegt auch wieder lebt er den nahe so weg hier aus der schussposition und ja 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 sparen geht grad nicht deswegen daumen drücken gut 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 schieß mal rein nochmal nochmal ok dann deckung ja ja ha ha der hat gesessen alter schwede ja nehmen wir das ding raus ja voll ins schwarze sehr schön jawoll ja jetzt sniper den mal nieder oder so wär noch geil also ha ha richtig 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 hardcore wunderbar wirklich wunderbar kann nicht zu schwer ist an den zu treffen oder ja aha geht doch super 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 dann hätten wir schon mal ein paar gegner weniger das motiviert natürlich got something good something yeah in your face okay gehen wir mal hier hin langsam wird es ja weniger da drin sehen wir erst nimmer rein scheiße okay wenn wir hier hingehend uns sehen wir rein aus mir unerfindlichen gründen fünf gegner noch fünf 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 ne mehr 7 wie es mir durch die wand ja das ist ein ziegelsteinwand es kann doch nicht sein dass man da nicht durchschießen kann ja gut man ist nicht nur so das kleine kaliber aber trotzdem so gut gut schon unterwegs ja ready gabe ok hier hin auch gut jetzt kommt er raus sie trau sich auch nicht raus und ich trau mich auch nicht rein versuchen wir es so got something okay auch kein treffen ja ja naja ja wird vorgehen schon unterwegs na da geht das schon unterwegs gut aber okay probieren wir es mal 1 mal 100 cm zu wenig so vielleicht ja passt ok ja die sehen schon mal wie if i miss is it ok du siehst den doch na hallo er zieht den auf einmal nicht mehr was soll denn das zuerst wird mir angezeigt er kann schießen und dann kann er nicht schießen was soll denn das scheiße fuck it ja ich nehme das Ding wieder zur Hand alles andere ist sinnlos im Moment halt ok ich mach es ich mach es ich mach es lustig ja was machst du das ist jetzt das ist grad nicht wirklich passiert und ich träume nur das ist nur ein schlechter Traum weil es so boah ja super wirklich geil was war das ich hörte nur ein ne das kann es nicht sein hier ich habe meine Armut hm ja ok super dann bewegt euch mal zu diesem Truck hin ihr trefft uuuuuh 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 war wahrlich teuer uuuuuh uuuuuh naja naja super wirklich genial das ist so super hier das glaubste gar nicht versuch mal vielleicht hast du ja Glück Humpel, Humpel, Humpel. Die Bippel so viel viel. Die Bippel so viel viel. Voll geil. So. Einfach nur mal auf den Körper schießen. Und so. Das war wohl nichts. Zusammenkleben. Jetzt gehen wir weg da. Weil sonst haben wir echt noch ein Problem hier. Idee. Stereoids hat eine Brechstange. Mit dieser Brechstange werde ich jetzt mal was versuchen. Naja, lass liegen den Scheiß. Bringt das jetzt eh nix. Okay. Einfach weiter gehen. Einfach weiter gehen. Schönes Wasser. Hallo Level Grenze. Ich höre dich. Ja. Schritt für Schritt Stereoids. Schritt für Schritt. Kommt er wieder? Na. Na. Dürft sich ausgehen. Naja. Guckt mich raus. Wenn er rausgeht. Naja. Sind wir eh schon vorbei. Glaub ich. Na. Hoppla. Höhöhöhöh. Das werden wir schon schaffen, hoffe ich. Kann noch nicht so schwer sein. Aber die hören ihn. Man sieht's an der Nervosität bei denen. Super. Ja. Darfst du mal weggehen. Ich bin weg. Ja. Man. Le Brechstange. Low Chance. Das ist zwar mal nicht so gut, aber. Ich vertraue da einfach mal drauf. Hahaha. Geht doch. Das Steroid. Äh. Ja. So. Ja. Ich höre dich. Was? Ich mach das. 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 Streck den Madrider da drin. Nein. 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 Und kommt der Rest auch? Freiwillig? Oder unfreiwillig? Nein. Ein von beiden. Ähm. so zusammen hier bohren ok verdammte scheiß vielleicht kriegen wir da auch einen raus von der anderen seite weil hier sehen wir noch keinen zumindest den können wir noch nicht anvisieren jetzt aber jetzt geht das aber ab einmal Kopf und der Rest in die Brust und Mad Dog sieht nix Iggy ja doch höhen Kopf so passt ja schießt ihn nieder los sieht vielleicht auch was naja hätte mich ja gewundert das wird echt neis wenn ihr treffen würdet sehr schön ja jetzt haben wir es fast Leute wir haben es beinahe 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 hm aha Idee nicht ganz ne hm nicht ganz ne ja und rauslaufen ich hab zwar gesagt gelaufen ich hab zwar gesagt gelaufen aber so mach einfach mach einfach geht doch sind die granates men ha 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 boren äh warte rein ja wenn ich die granate schmeißt noch mal hin kann sie noch so ein paar zentimeter weiter rollen ist genau im zentrum hallo baby sayonara und das war es noch nicht wenn ich ganz okay da einer noch einer noch der ja fast tot ist da du es so schön gemacht hast hast du natürlich jetzt auch die ehre den noch um zu brezen ich hoffe das gelingt dir ich hoffe wirklich heute bist du nicht der beste schütze komm schon So, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage mal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.